Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich aus der Strakos Erlebniswelt. Und wie es Weihnachten so ist, dann sollten Wünsche in Erfüllung gehen. Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Strakos Erlebniswelt verfügt über einen Fahrstuhl. Und damit können auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen unser Haus besuchen. Im Bau ist auch eine behindertengerechte Toilette, die dann im Januar oder Februar fertiggestellt wird. Diese investive Maßnahme wurde ermöglicht durch ein Förderprogramm des Freistaates Sachsen. Man nennt dieses Programm Liederförderung für den ländlichen Raum. Und wir sind unendlich dankbar dafür. Liebe Zuschauer, ich lade Sie ganz herzlich in die Strakos Erlebniswelt ein. Schnuppern Sie hier die weihnachtliche Atmosphäre. Aber auch ganzjährig ist unser Haus immer einen Besuch wert. Und ich wünsche jetzt allen Zuschauern eine schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt. Viele schöne Dinge stehen bereit, wo sich jedes Kinderherz erfreut. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt. In der Küche riecht es hier auch lecker und es gibt den besten Kuchenbäcker. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt. In der Wichtelwerkstatt kann man schauen oder sogar etwas selber bauen. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt. Feiern kann man hier das ganze Jahr, mit Jung und Alt und Stimmung, das ist klar. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt. Ja, hier ist es wirklich wunderschön, drum komm vorbei und lass dich bald mal sehen. Denn ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strakos Erlebniswelt, hier in Strakos Erlebniswelt.